Musik Liebe Schwächertarinnen und Schwächertar, ein Jahr neigt sich dem Ende zu und Schwächert ist wieder ein Stück lebenswerter geworden. Wir haben die Vollversorgung bei unseren Kinderbetreuungseinrichtungen sicherstellen können. Wir haben eine neue Hortgruppe in Mannswörter errichtet und eine weitere Kinderkrippe wurde eröffnet. Mehr als 100 neu geförderte Wohnungen konnten an Schwächertarinnen und Schwächertar übergeben werden. Der Betrieb im Seniorenzentrum wurde abgesichert und unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger können einen umsorgten Lebensabend verbringen. Neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Allein im Stadtzentrum konnten wir 180 zusätzliche Arbeitsplätze erwirtschaften. Auf der einen Seite mit dem Multiversum 100, mit dem Merkermarkt 48 und beim Fellmeier 30 Arbeitsplätze. Das ist ein wichtiger Beitrag zur sozialen Sicherheit der Menschen in unserer Stadt. Auch für das kommende Jahr sind immens wichtige Projekte vorgesehen. Zum Beispiel ein neues Seniorenwohnmodell, wo es möglich sein wird, dass ältere betagte Menschen in ihrer eigenen Wohnung in Würde altern können. Die Opposition hat durch den Auszug aus dem Gemeinderat einige wesentliche und wichtige Projekte verhindert. Ich verspreche Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schwächertarinnen und Schwächertar, dass Sie durch diese Aktion keinen Nachteil erleiden werden. Dafür stehen mein Team und ich. In diesem Sinne darf ich Ihnen und Ihren Lieben ein wunderbares, friedvolles und erholsames Weihnachtsfest wünschen. Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2013 alles Gute, einen erfolgreichen Start, viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2013 alles Gute.